Hi und willkommen zu diesem Tutorial, wo wir uns die Grundlagen von Git einmal anschauen, und zwar im Kontext von dem Editor Visual Studio Code. Dieses Tutorial unterscheidet sich auch so ein bisschen von vielen anderen, nämlich in dem Sinne, dass wir uns nicht anschauen, wie man halt Kommandos in die Kommandozeile eingibt, um halt mit Git zu arbeiten, was auch meiner Ansicht nach nicht besonders anfängerfreundlich ist, sondern einfach nur die Benutzerbautfläche von Visual Studio Code benutzt. Das geht zwar nicht mit allen Features von Git, aber zumindest mit sehr, sehr vielen und zumindest mit allen, die man so für private Projekte zum Beispiel braucht. Und darauf will ich mich ja auch fokussieren, also gar nicht so sehr um das Arbeiten mit Git und GitHub auch im Team, sondern nur für private Projekte, wenn man da halt Versionskontrolle nutzen möchte. Da ist halt das hier völlig ausreichend. Ja, und wofür braucht man Git überhaupt? Wie schon gesagt, da geht es um die Versionskontrolle. Und letztendlich will man sozusagen eine Dokumentation über alle Code-Änderungen haben. Und das ist halt natürlich besonders hilfreich, um zum Beispiel im Team zu sehen, wer hat wann was gemacht, ja, um sich die Arbeit so ein bisschen besser einzuteilen, aber auch zum Beispiel um Fehler rückgängig zu machen. Und das werde ich hier auch anhand von praktischen Beispielen zeigen, wie man dann halt sozusagen auch nur einzelne Veränderungen, ja, die kann man sich genau anschauen, wann hat man die gemacht und die kann man dann halt zurückbringen. Man hat wirklich sozusagen nicht nur einen Zustand der Datei, sondern eine ganze Historie halt. Ja, und Git macht es uns einfach, darüber Buch zu führen und halt die verschiedensten Versionen zu verwalten. All right, und der erste Schritt ist natürlich, Git herunterzuladen. Das könnt ihr auf dieser Website machen, git-scm.com. Findet man natürlich auch per Google. Und dann klickt man halt hier auf diesen Download-Button und folgt den Anweisungen. Dann ist es installiert und für Visual Studio Code halt entsprechend, falls ihr den Editor noch nicht habt, könnt ihr auch auf die Seite code.visualstudio.com gehen und dann halt hier den entsprechenden Download-Button klicken. So, und jetzt habe ich hier mal hier ein Terminal geöffnet und mit git-version könnt ihr ja schon mal bestätigen, dass ihr jetzt wirklich Git installiert habt und die entsprechende Version hier ausgeben. So, wir müssen jetzt hier etwas tatsächlich machen und zwar die Git-Konfiguration setzen. Die legt nämlich fest, welcher Username und welche E-Mail haben wir. Also, das kann man machen mit git-config und jetzt hier noch die Flag minus minus global, damit sich das auf alle unsere Projekte bezieht auf unserem System. Und jetzt hier user.name und jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Jochen XYZ heißt, egal, ja, dann gibt es jetzt einfach hier ein, in Einführungsstrichen und dann mit Enter bestätigen. Ich habe das jetzt hier schon gemacht und so kann man sich das hier auch ausgeben, was man da gespeichert hat. Ich habe hier als Nanoscriptal-Croon und mit E-Mail ganz genau dasselbe, ja. Also da könnt ihr jetzt hier yourmail.google.com, was auch immer ihr für eine Mail habt, tragt ihr da ein, damit Enter bestätigen. Und genauso könnt ihr euch hier auch die globale E-Mail abrufen. Wenn ihr in einem Repository-Lokal seid und das verändern möchtet, kann man das natürlich auch machen. Dann nimmt man halt hier diese global Flag raus, okay? Also das ist das Einzige, was wir jetzt hier in der Kommandion-Zeile machen, weil alles Weitere wird dann halt in Visual Studio Code mit den Menü-Elementen funktionieren. Okay, legen wir mal los. Ich bin hier in einem leeren Ordner in Visual Studio Code und lege jetzt hier mal irgendeine Datei an. Das ist jetzt nicht wichtig, aber einfach mal index.html zum Beispiel und mache mal eine grobe Vorlage hier. My awesome website. So, das speichere ich jetzt ab. Okay. Und wir möchten sozusagen diesen Zustand jetzt hier speichern, so eine Art Snapshot. Und jede Code-Änderung kann man als einen sogenannten Commit speichern in einem Git-Repository. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal für dieses Projekt hier ein Git-Repository anlegen. Das ist der erste Schritt immer und das können wir hier links machen über diesen Button hier. Okay, kommen wir in einen neuen Panel rein und da gibt es halt diesen Button Initialize-Repository. Für alles, was ich hier mache, gibt es übrigens auch Kommando-Zeilen-Befehle hier, wäre der Befehl halt Git-Init. Aber wir müssen das nicht auswendig lernen, wir müssen einfach nur hier diese Buttons benutzen. Ich denke, das ist halt sehr viel einfacher. Ja, und was ist jetzt hier passiert? Also Git hat jetzt bemerkt, dass wir hier etwas geändert haben. Und zwar genauer gesagt die index.html. Also hier werden immer alle Dateien aufgelistet, die wir geändert haben. So, und dieses Icon U bedeutet, dass diese Datei, das sieht man hier auch gerade beim Tooltip, untracked ist. Das heißt, vorher gab es diese Datei noch gar nicht und jetzt machen wir das erste Mal überhaupt irgendeine Änderung, was diese Datei betrifft. Und um jetzt hier ein Commit zu erstellen, müssen wir mehrere Sachen machen. Also erstmal kann man nur Dateien committen, die in der sogenannten Staging Area sind. Weil es könnte ja sein, dass wir ganz viele Dateien geändert haben, aber nur gewisse Dateien in das Commit reinpacken wollen. Und um was zu machen, kann man hier einfach drüber hauern und auf dieses Plus drücken. So, das ist sozusagen der nächste Schritt. Und jetzt sind sie nicht mehr nur in den Changes drin, sondern hier in der sogenannten Staging Area. Dann haben wir hier auch ein anderes Icon A wie Edit. Das heißt, es ist jetzt zur Staging Area hinzugefügt worden. Ich kann das auch wieder rückgängig machen mit diesem Minus hier, wie ich lustig bin. So, und wenn ich jetzt Dateien in dieser Staging Area habe, dann kann ich jetzt ein Commit machen. Und hier oben muss ich eine Nachricht dafür eingeben. Und das sollte immer eine möglichst kurze Nachricht sein, die aber trotzdem ganz gut beschreibt, was hier passiert ist. Zum Beispiel createdindex.html-File. Und jetzt kann ich das abschicken, entweder hier mit so einem Button-Klick oder halt mit Steuung Enter. So mache ich das immer. Oder Command-Enter dann auf dem Mac. Okay, und das ist jetzt unser erster Commit. Machen wir gleich nochmal einen zweiten. Also ich gehe wieder in den Explorer hier rein und erstelle mal eine JavaScript-Datei Main.js und referenziere die mal hier. Okay. Und jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ich klicke hier rauf. Und ja, jetzt haben wir an beiden Dateien tatsächlich was geändert. Das sieht man hier auch schön. Und ich mache jetzt mal folgendes. Ich gebe jetzt mal direkt eine Commit-Nachricht ein, ohne, dass ich die Dateien vorher gestaged habe. Was passiert denn dann? Also ich gebe hier mal ein. Created main.js-File. Committe das. Und jetzt haben wir hier so eine Meldung. Und zwar, there are no staged changes to commit. Ja, das ist richtig. Ich habe hier halt nicht gestaged. Would you like to stage all your changes and commit them directly? Ja, das will ich, weil, ganz ehrlich, ich finde das immer nervig, das mit dem Plus hier. Und ich mache es mir ganz einfach. Ich klicke hier einfach auf Always. So, dann muss ich dieses Plus hier niemals machen, denn das wird immer automatisch gemacht. Schauen wir uns das nochmal an. Ich erstelle jetzt hier mal eine Style.css-Datei und referenziere die hier und committen wir das. Edit oder created style.css-File mit Störung Enter. Committe ich das. Ja, und jetzt kommt halt nicht mehr diese doofe Warnung. Und was wir gerade gesehen hatten, das kann ich ja nochmal zeigen hier, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendeine Änderung mache, so, dann hat man hier dieses Icon M. Da steht für Modified. Das heißt, Git hat erkannt, dass die Datei jetzt hier geändert worden ist. Und ja, üblicherweise macht man halt tatsächlich jetzt vielleicht nicht so krass kleinschrittig, wie ich das gerade gemacht habe, aber das ist schon so, dass man sozusagen jedes kleine Feature, jede kleine Änderung als einen Commit macht. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier diese Schriftfamilie ändern. Okay, aber vielleicht will ich noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel die Farbe so ein bisschen ändern. Dann hier machen wir mal sowas hier und die Font Size auch ein bisschen größer oder so. Und jetzt könnten wir zum Beispiel hier das committen. Change Body Styles. Okay, und jetzt mit Störung Enter committe ich das. Fertig. Alright. Und jetzt haben wir sozusagen tatsächlich Snapshots erstellt. Also alles, was wir bisher gemacht haben, wurde für alle Zeiten gespeichert. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo ist denn das überhaupt? Also wo wird das denn hier gemacht? Also das ist in einem versteckten Ordner. Das zeige ich euch mal kurz im Explorer. Also so sieht das letztendlich aus. Also man hat hier unsere drei Dateien, aber auch eben einen versteckten .git Ordner. Und da werden halt die ganzen Commits gespeichert und auch noch weitere Informationen, die wir gleich noch sehen werden. Aber diesen Ordner müsst ihr nicht weiter anrühren. Deswegen wird er hier auch standardmäßig bei Visual Studio Code ausgeblendet. Und wenn ihr euch jetzt nicht die Mühe gemacht habt und im Explorer versteckte Dateien anzeigen lässt, wird euch das auch gar nicht angezeigt. Ich habe das jetzt hier aber auch mal gemacht, um das zu demonstrieren. So, jetzt kommen wir mal zu einer Anwendung. Also angenommen, ich gehe jetzt hierher und ändere die Hintergrundfarbe von meinem Body. Sag mal, das ist irgendwie pink, ja. Und ich arbeite jetzt irgendwie noch so dran und dann merke ich so, ach Mist, das wollte ich ja gar nicht, ne. Ich will das jetzt auf den ursprünglichen Zustand, den ich an diesem Commit hatte, wieder zurücksetzen. Ja, dann kann ich halt Gilt benutzen dafür. Also ich gehe hier wieder auf meine Versionskontrolle und klicke einfach auf dieses Icon hier, Discard Changes. Da klicke ich jetzt rauf und zack, ja, Discard Changes. Und dann ist das wieder weg. Ja, und dann sehe ich auch, dass hier keine Dateien jetzt geändert worden sind bisher wieder. Ja, das ist also praktisch, um jetzt sozusagen einen Schritt rückgängig zu gehen. Ich zeige das nochmal anhand der JavaScript-Datei. Jetzt zum Beispiel können wir mal loggen, einmal und in der Index.html, da ändere ich auch nochmal was. Und dann werden hier natürlich beide Dateien angezeigt bei den Changes. Und jetzt kann ich natürlich hier auch nur die Main.js-Datei zum Beispiel zurücksetzen. Was ja auch ganz praktisch ist, ich kann auf die Datei raufklicken, so. Und dann sehe ich halt die Änderung. Oder hier bei der Index.html, da sehe ich halt, ah ja, also hier das, was geändert worden ist, ist hier links rot markiert. Das ist der ursprüngliche Zustand. Rechts haben wir das, was aktuell ist. Und da sieht man hier ganz klar, dass es halt immer markiert, was hier geändert worden ist. Und ich kann das übrigens auch in ein wieder ändern. Also ist sozusagen auch wirklich ein Fenster, wo ich das bearbeiten kann, ja. Nur mal so als Hinweis. Ja, das wird also hier entsprechend markiert. Okay. Und das kann ich jetzt zum Beispiel hier wieder rückgängig machen, wenn ich möchte. Ja, das kann Changes. Und dann habe ich wieder meinen ursprünglichen Zustand. Aber das in der JavaScript-Datei kann ich mein Finges so lassen und sage mein Finges, ja, console.log.edit. So, und dann habe ich die Änderung. Ja, und es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Ich schließe mal kurz diese Fenster hier. Zum Beispiel gehen wir mal in meine CSS-Datei rein und sagen wir mal, ich ändere die Farbe hier. Und ich ergänze mal auch noch Styles für so ein Paragraf oder sowas. Ja, dass sie irgendwie einen ganz großen Margin haben sollen. Und jetzt seht ihr schon diese Farben hier, ja. Also, die bedeuten letztendlich, dass hier Änderungen stattgefunden haben seit dem letzten Commit. Das sehe ich natürlich hier links auch, aber das sehe ich halt, das ist der Punkt, auch wenn ich hier nicht diese Versionskontrolle aufhabe. Also, ich sehe das direkt in meinem Editor. Und zwar kann ich auf dieses Ding hier raufklicken. Zack. Und dann sehe ich genau hier in so einem schönen Vorschaufenster, was sich hier verändert hat. Und nicht nur das, ich kann das halt auch zurücksetzen. Und zwar muss ich das hier auch nicht nur auf die ganze Datei bezogen machen, sondern kann das auch mit diesem einen Abschnitt machen. Na, kann ich jetzt also hier auf dieses Revert Change drücken. Zack. Und dann habe ich hier die Farbe wieder zurückgesetzt. Und dann ist dieses Ding hier auch verschwunden. Und hier kann ich das entsprechend machen. Da kann ich auch sehen hier, was hat sich geändert. Okay. Aber das ist einfach okay. Das könnte ich jetzt hier stagen, wenn ich das noch nicht automatisch gemacht hätte oder so. Also, das ist also sehr komfortabel. Sie können auch sozusagen auch im Editor-Fenster hier sehen, was ihr in dem aktuellen Commit verändert habt. Okay. Ich mache das jetzt hier auch mal rückgängig hier. Und was ich nochmal zeigen wollte, ist vielleicht noch irgendeine Good Practice. Also, angenommen, wir schreiben hier eine Funktion, zum Beispiel Greed, Name. Und jetzt wird halt gesagt Hi. Und dann halt den Namen against. Können wir mal committen hier. AddGreed Function. Und angenommen, ich refaktorisiere das jetzt hier und sage mal, okay, ich will hier einen Template-String benutzen. Und natürlich sollte ich das auch testen. Nicht nur das, auch bevor ich das jetzt committe, schaue ich mir natürlich noch die Änderung hier an. Und das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr komfortabel. Einfach hier raufklicken. Und dann werden einem die Änderungen angezeigt. Und dann kann man nochmal schauen, aha, was habe ich geändert. Und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt nicht nur eine Zeile geändert, sondern eine ganze Funktion überarbeitet, ja, an verschiedensten Stellen. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, sich nochmal genau anzugucken, okay, ist das alles in Ordnung. Oder was man vielleicht auch manchmal gemacht hat, ist noch so ein paar Console-Log-Statements, die man fürs Debugging braucht oder so. Die hat man vergessen, draus zu machen. Dann kann man das am besten hier nochmal checken, ja, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Und erst dann committet man das, ja. Und das sieht jetzt aber ganz gut aus. Und jetzt können wir zum Beispiel hin, convert, greet Function with Template, String und das abschicken. Und dann ist gut, ja, und dann können wir das hier wieder schließen. Es gibt hier noch eine Alternative. Und zwar mache ich mal irgendeine Änderung hier, zum Beispiel greet Person. Den nenne ich einfach mal um. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch hier über dieses Drei-Punkte-Menü gehen und allerlei Sachen hier mit Git ausführen. Also wir werden uns in diesem Tutorial eigentlich nur mit Commit, Changes und Branch beschäftigen. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Konzepte. Und zum Beispiel könnte ich jetzt hier Commit, Commit Stage, Commit All machen. Und ja, machen wir mal Commit All, damit halt diese Frage weggeht, die man sonst immer beantworten müsste. Und dann wird das hier einfach committet. Aber mit dem Unterschied, dass ich hier jetzt noch gar keine Nachricht angegeben hatte. Und dann ist es halt so, dass ich in diesem Textfenster hier eine Commit-Nachricht eingeben muss. Und ja, wie nenne ich das mal? Rename, greet Function. Und das hier alles kann man ignorieren. Das sind halt Kommentare. Und dann speichere ich das einfach und schließe das Fenster mit STRG W zum Beispiel oder halt per Klick auf dieses X hier. Und dann habe ich das committet. Alright, also so geht das auch. Und wir können halt auch folgendes machen. Bei Commit können wir zum Beispiel auch undo last Commit machen. Das ist natürlich auch spannend. Dann haben wir die Änderung zwar immer noch hier in unserem Editor, aber wir können halt genau sehen, was hier die Änderung ist. Ja, und die können wir jetzt zum Beispiel wieder rückgängig machen. Also hier wieder aus dem Staging-Bereich entfernen und jetzt hier reverten. Okay, this got changes. Und so können wir dann also den letzten Commit rückgängig machen. Okay, und jetzt bauen wir mal einen ganz großen Mist und zwar entfernen wir einfach hier die Inhalte von allen Dateien. Ja, wir haben irgendwie aus Versehen, haben wir das gemacht. Und angenommen, wir schließen jetzt sogar mal den Editor, machen unseren PC aus und kommen wir eine Woche später zurück. Trotzdem wird es so sein, dass diese Änderungen hier von git registriert worden sind und dass halt die ursprünglichen Inhalte nicht weg sind. Und das ist halt der Punkt und wir können jetzt, wie gesagt, das hier einfach rückgängig machen, aber wir müssen es nicht nur einzeln machen, sondern können es auch gebündelt machen. Das ist halt dieser Button hier, discard all changes. Und das gibt es übrigens auch in diesem Menü hier oben, wenn man möchte. Also hier bei changes und da kann man jetzt zum Beispiel discard all changes machen. So, und da muss ich das mal kurz hier bestätigen. Alright. Und es ist übrigens auch so, wenn man hier eine neue Datei erstellt hat, zum Beispiel bla.txt. Okay. Und ich will das hier rückgängig machen. Dann wird hier natürlich auch gesagt, okay, dann wird die jetzt gelöscht. Okay. Dann kann ich das hier löschen. Okay, jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Konzept, nämlich Branches, also auf Deutsch Zweige. Die Zweigen sozusagen von dem Hauptentwicklungspfad ab und beinhalten in der Regel die Entwicklung von Features in so einem Git Repository. Zurzeit, und das sieht man hier unten links, sind wir im Main Branch. Früher hieß das immer Master. Das wurde dann aus politischen Gründen umbenannt und heißt jetzt in der Regel Main. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt andere Branches erstellen. Und dafür gibt es hier in der Benutzeroberfläche zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr hier oben draufklicken und dann hier Branch, Create Branch. Okay. Und wenn ihr das von einem anderen Branch ausgehend erstellen möchtet, dann könnt ihr hier das wählen. Aber ich wähle jetzt mal Create Branch und sagen wir mal, wir wollen uns jetzt hier mal mit dem Styling beschäftigen. Ich nehme jetzt einfach mal Styling und jetzt mit Enter bestätigen. Und jetzt sieht man hier auch unten links, dass ich hier in diesem Branch Styling bin. Okay. Und was immer ich hier mache, die Commits werden sich auf diesen Branch beziehen. Zum Beispiel können wir jetzt hier mal irgendwelche Styles hier ergänzen. Ist jetzt nicht so wichtig. Dann committen wir das mal hier. Add some Styles. Ist ja natürlich keine gute Commit-Nachricht, aber ist jetzt nur für Demonstrationszwecke. So. Und gehen wir mal zurück in den Main Branch. Das kann ich hier auch machen. Branch. Ach nee, genau. Das ist lustigerweise nicht bei Branch, sondern hier bei Checkout to. Und dann kann ich hier den Branch auswählen. Und dann haben wir hier zum Beispiel Main. Da gehen wir zurück und da haben wir die Änderung natürlich nicht. Eine andere Möglichkeit, die es auch ein bisschen bequemer ist, die Branches zu wechseln, ist hier unten einfach rauf zu klicken. Und dann erscheint nämlich das selbe Menü. Und da kann ich übrigens auch ein Branch erstellen. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel auch meinen Styling Branch erstellen können. Einfach hier Create New Branch. So, gehen wir mal zurück zu Styling. Und fügen da nochmal weitere Sachen hinzu. Zum Beispiel. Und können wir nochmal hier was committen. Button Styles. Okay. Und angenommen, wir sind jetzt irgendwann hier fertig mit unserem Styling. Oder mit einem Feature. Je nachdem, was man in diesem Branch macht. Also das kann ruhig ein paar Tage dauern. Und wir möchten das jetzt sozusagen wieder zurück auf den Main Branch bringen. Das heißt, wir möchten dieses Feature letztendlich hier wieder in unseren Main Branch reinbringen. Wie machen wir das? Das geht mit dem Merge Befehl. Und dafür müssen wir jetzt erstmal wieder in unseren Main Branch reingehen. Ja, und jetzt geben wir hier auf dieses Menü Branch, Merge Branch. So, und jetzt wählen wir natürlich Styling aus. So, zack. Und dann haben wir die Änderung von diesem Branch. Also alle Commits. Man sieht ja hier beides. Sowohl das als auch die beiden Änderungen hier beim Button. Okay. Und jetzt sind die Commits tatsächlich auch hier in Main drin. Die werden wir später auch noch sehen. Und ich kann das ja vielleicht kurz schon mal hier zeigen. Auch obwohl ich ja, wie gesagt, keine Kommandozeile eigentlich benutzen wollte. Aber zum Beispiel git log online. Dann sieht man halt hier, dass wirklich Button Styles und auch Addsome Styles, ja. Dass diese beiden Commits tatsächlich jetzt hier in meinem Main Branch drin sind. Aber das ist nur ein kurzer Ausflug. Also eigentlich wollte ich ja nur mit der Bindersoberfläche hier arbeiten. Und genau, das ist also der Sinn der Sache. Und wenn man dann irgendwann denkt, okay, ich habe das jetzt gemerged. Dann brauche ich den Branch gar nicht mehr. Dann kann ich hier auch Branches löschen. Also hier auf das Menü wieder Delete Branch. Und dann kann ich natürlich nicht den Branch wählen, wo ich gerade bin, sondern einen anderen. Dann kann ich den hier löschen. Und dann ist der halt gelöscht. Okay. Und jetzt möchte ich euch mal die Kommando-Palette zeigen. Visual Studio Code. Die macht das halt sehr, sehr einfach, verschiedenste Befehle auszuführen. Insbesondere bezogen auf Git, aber auch vieles andere. Und die kann man halt öffnen mit STRG-Shift-P, beziehungsweise auf Mac dann halt Command-Shift-P. Und jetzt werden wir hier, weil ich ja kürzlich bereits das benutzt habe, schon die kürzlich verwendeten Befehle aufgelistet. Aber man kann ja einfach suchen, ja. Das ist halt sehr, sehr praktisch, weil es hier eine Autovervorstellung gibt. Und zum Beispiel, angenommen, ich möchte etwas committen hier, dann suche ich einfach nach Git, Commit. Und dann ist halt der richtige Befehl schon sehr nah in der Regel. Und der Unterschied ist halt jetzt, dass man das auch nicht in der Benutzungsfläche suchen muss. Und man muss auch nicht irgendwelche Kommandos auswendig lernen für die Kommandozeile, wie gesagt. Sondern man kann ja einfach so ein bisschen nach Stichwörtern suchen, ne. Zum Beispiel machen wir mal hier die Farbe anders, Purple, so. Und jetzt STRG-Shift-P und jetzt committe ich das einfach mal. Und jetzt muss ich halt wieder meine Nachricht hier eingeben. Change Power Graph Color mit STRG-S speicher ist. Mit STRG-W kann ich das Fenster schließen. Und das sendet halt den Commitern ab. Also wohlgemerkt, ich musste hier jetzt auch gar keine Maus benutzen. Das ging alles mit der Tastatur. Und auch das Handling von Branches geht halt damit. Zum Beispiel STRG-Shift-P, Create-Branch kann ich hier machen. Okay, Enter. Und jetzt wollen wir mal hier irgendwie das JavaScript machen. Irgendwelche Features da ergänzen. Sagen wir mal Feature A. Ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, jetzt sind wir auch direkt da drin. Also das sieht man hier unten links, dass ich jetzt in Feature A bin. Und wechseln wir mal zu JavaScript-Dateien, committen da irgendwas. Und dann brauchen wir die Nachricht hier. Add Log. So, und jetzt können wir zu dem anderen Branch wechseln mit Checkout. Also Checkout to. Und jetzt wähle ich hier mit den File-Tasten Main aus. Und jetzt können wir halt zum Beispiel den anderen Branch mergen. Also Git Merge. Okay. Und jetzt wähle ich hier Feature A aus. Zack. Dann habe ich hier mein Commit hier in meinem Main Branch. Und jetzt kann ich natürlich den anderen Branch auch löschen. Git Delete Branch. Okay. Und jetzt den auswählen. Fertig. Alright. So, und schließlich möchte ich euch eine sehr, sehr praktische Erweiterung für Visual Studio Code zeigen, die es halt einfacher macht, zum Beispiel die ganzen Commits zu sehen. Also dafür klickt ihr hier links auf Erweiterung und sucht mal nach Git History. Okay, dann ist das hier die Erweiterung von Don. Ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Und dann klickt ihr hier auf Install. Das habe ich jetzt natürlich schon gemacht. Und wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr hier in der Versionskontrolle ein neues Icon sehen. Das ist hier diese Uhr. Und da könnt ihr mal raufklicken. Und das ist halt eine Auflistung aller Commits, die wir jetzt hier schon gemacht haben. Das ist natürlich sehr übersichtlich. Man sieht halt, wer die gemacht hat. Man sieht die Commit-Nachrichten. Man sieht auch den Zeitpunkt. Und man kann sich das natürlich ansehen. Das ist der ganze Sinn hier. Zum Beispiel, ich klicke jetzt mal rauf hier. Button Styles. Und sehe, aha, die Style.css wurde da geändert. So, kann ich mir mal anschauen, wie die Datei zu diesem Zeitpunkt aussah. Okay. So sah sie aus. Das heißt, ich kann halt hier jeden Zustand mir ansehen, egal wann er war. Zum Beispiel kann ich mir auch mal die Style.css-Datei ansehen, wie sie anfangs aussah. Also ich klicke hier rauf. Und jetzt kriege ich hier auf View. Und okay, die war leer. Nicht besonders spannend, ne? Gucken wir mal an. Hier Add some Styles. Da war natürlich schon ein bisschen mehr los. Okay. Und das ist halt die Versionskontrolle, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Also wir können wirklich für jede Datei sehen, wie sie sich verändert hat. So, und wir können hier auch Workspace klicken. Das bedeutet, dass hier die Datei verglichen wird in diesem Commit mit der Datei, die wir aktuell haben. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr praktisch und ist halt auch entsprechend farblich markiert hier, sodass man die Änderungen halt sehr, sehr gut sehen kann. Das ist hier ein separates Fenster. Das kann ich dann wieder schließen. Der Name ist hier natürlich sehr, sehr lang, aber deswegen sieht man das hier gerade gar nicht mehr. Ah, kann man hinscrollen. Ja, aber ich schließe da die Fenster mit STRG W, muss man sich merken, W wie Window, und dann kann man das hier halt schließen. Okay. So. Man kann auch Compare File with Previous Commit machen. Das mache ich jetzt mal mit dem neuesten Commit hier. Zum Beispiel Add Log. Und machen wir dann mal hier Previous. Und dann habe ich im Prinzip die Änderungen, die wir im letzten Commit gemacht haben. Ja, also so sah sie vor dem Commit aus und so sah sie nach dem Commit aus. Und das kann ich also hier für jeden Zwischenstand machen in meinem Repository. So, angenommen, wir möchten hier unser Projekt in einen vorherigen Zustand zurückversetzen, dann können wir das hier auch machen. Und zwar gibt es da zwei Optionen, entweder Soft oder Hard Reset. So, der Unterschied ist folgender, Soft Reset, denn es ist so, dass wir immer noch die Dateien in unserem Workspace haben und committen können. Beim Hard Reset ist das nicht der Fall. Ich zeige das jetzt mal mit dem Hard Reset, ja, sozusagen die harte Variante. Und zwar möchte ich halt, dass diese Change Paragraph Color und Add Log, das möchte ich jetzt nicht mehr haben. Das heißt, ich gehe hier auf diesen Commit in der Force und klicke einfach Hard Reset. Und dann gibt es natürlich eine entsprechende Warnung. Klicke ich auf OK und dann sieht man halt, dass die halt wirklich hier nicht mehr da sind, die beiden Commits. Und auch jetzt hier in unserem Workspace, ja, diese Log-Nachricht jetzt hier ist verschwunden. Noch ein Hinweis, falls ihr hier ein Commit macht, zum Beispiel hier Add Ausführungszeichen und dann seht ihr das hier nicht, dann müsst ihr halt nochmal hier auf Refresh drücken. Das hat mich ehrlich gesagt sehr viel gewundert am Anfang und erst dann ist halt dieser Commit hier zu sehen. Alright. Was da auch sehr schön ist, man kann jetzt zwischen den Branches wechseln. Stellen wir mal kurz hier einen Branch, also zum Beispiel hier Branch, Create Branch, Feature, X, Y, Z. So, und dann machen wir da mal irgendwas. Dann sehen wir jetzt hier noch diese Commits in Main, aber wir können jetzt hier den Branch natürlich wechseln und dann sehen wir hier, dass in diesem Branch halt noch ein weiterer Commit ist. Wir haben also eine gute Übersicht über alle Branches hier mit dieser Weiterung. Ja, und wir können das ja jetzt mal merchen hier. Also hier, Checkout nach Main und jetzt hier zum Beispiel mit Kommando-Palette Good Merge Branch, Feature, X, Y, Z. Okay, hat er gemacht. Und jetzt können wir hier mal Refreshen und Main angucken und dann haben wir jetzt hier den Commit auch wieder drin, ja. Und es gibt natürlich noch sehr viele mehr Features von Git. Ich möchte dir vielleicht noch mal eine zeigen, und zwar Cherrypick. Ist eigentlich ganz nett. Also angenommen, wir sind hier auf unserem Feature-Branch und machen da irgendwas. Ändern wir mal die HTML-Datei und ändern jetzt mal die Heading. My awesome website. So, und das committe ich jetzt hier mit Steuerungsschrift G. Add Heading. So, und angenommen, ich ergänze jetzt hier noch weiteres, ja. So, ein bisschen Text. Add Text. Und jetzt habe ich also zwei Commits hier. Die sehe ich ja dann auch hier über meine Erweiterung. Hier. Und angenommen, ich möchte zumindest aktuell nicht alles hier mergen nach Main, sondern nur diesen einen Commit hier reinbringen in Main. Dann gehe ich hier wieder auf Main. Und kann jetzt hier auf More klicken. Und jetzt hier Cherrypick this Commit. Also da kann man den Hashwert nochmal sicher selber vergleichen. Into Current Branch. Current Branch ist ja Main. Das sehen wir unten links. So. Will ich das wirklich machen? Und jetzt, ja, wenn ich mir Main angucke, habe ich jetzt tatsächlich diesen Commit Add Heading. Wohlgemerkt nicht dieses Add Text hier. Ja, das ist, das haben wir ja nicht Cherrypickt. Okay. Und dann sieht man das ja auch hier. Dann haben wir hier unsere Überschrift. Also das heißt, wir können auch sozusagen einzelne Commits aus anderen Branches nehmen und die halt irgendwo anders einfügen. So, jetzt simulieren wir mal folgendes. Angenommen, ich gehe mal hier in mein Main Branch und ich ändere mal die Überschrift zu my awesome blog. Okay. Und ich committe das hier. Rename to blog. Und in unserem Feature Branch, da ändere ich das mal auch und sage hier my awesome diary. Und committe das auch. Rename to diary. So. Was passiert, wenn ich jetzt das merge? Könnt ihr euch schon denken, das wird natürlich Probleme geben. Also Git ist natürlich schlau, die Änderung sozusagen miteinander zu vermengen. Also merge heißt ja vermengen, verschmelzen. Aber es ist halt nicht immer eindeutig möglich. Und hier ist es auf jeden Fall nicht klar. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also wir machen Git Merge. Und jetzt wähle ich hier mein Feature aus. Und zack. Das nennt sich ein Merge Konflikt. Dann haben wir auch eine entsprechende Meldung. Und jetzt müssen wir hier entscheiden, was wir sozusagen haben wollen. Ja, und jetzt haben wir sozusagen die Auswahl Current Change oder Incoming Change. Also was wollen wir sozusagen haben? Accept Current Change. Also sprich, wollen wir das mit dem Blog gelassen? Oder Accept Incoming Change. Also sprich das, was von unserem Feature Branch jetzt hier reingebracht worden ist. Wollen wir das haben? Sagen wir mal ja. Wollen wir das machen? Und dann haben wir das hier aufgelöst. Okay. Resolve ein Merge Editor. Okay. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und Complete Merge. Alright. So, jetzt kann ich es committen. Und, genau. Und jetzt sehe ich hier in meiner Git History, dass es jetzt auch diesen Feature Branch gab. Und jetzt gab es eine extra Commit Nachricht, um diesen Merge jetzt zu bestätigen. Und dann gibt es auch eine schöne Visualisierung hier, wie das sozusagen zusammengefügt worden ist. Okay. Und jetzt noch ein ganz kleiner Hinweis, bevor wir das hier abrunden. Also, manchmal ist es halt so, dass man Dateien hat, die nicht in Git Repository sein sollen. Das sind üblicherweise zum Beispiel Dateien, die erst erzeugt werden mit dem Bildwerkzeug oder irgendwelche privaten Notizen. Das habe ich zum Beispiel auch gerne, dass ich zum Beispiel so eine to-do.txt habe. Und da schreibe ich halt auf, was alles gemacht werden muss, ja. Und das speichere ich dann ab. Aber jetzt hier, das möchte ich nicht, dass es ins Git Repository geht. Und das können wir halt mit einer .gitignore Datei machen. Die heißt .gitignore. Und da schreibt man einfach die Dateien rein. Zum Beispiel hier to-do.txting. So, speichere ich ab. Und jetzt geht dieses Icon hier auch weg für untracked. Also, die gitignore ist natürlich untracked. Das können wir jetzt zum Beispiel hier ergänzen. Also add gitignore. Aber, wie wir hier sehen, die to-do-Datei ist nicht in den Changes registriert worden. Das heißt, die wird jetzt hier auch nicht committed. Das bedeutet übrigens auch hier, falls ihr zum Beispiel jetzt hier dieses Repository auf GitHub hochladen solltet, da habe ich übrigens auch mal ein separates Video gemacht, dann wird diese to-do-Datei da natürlich auch nicht drin sein. Und falls ihr ein Backup oder so machen möchtet von diesem ganzen Repository, müsst ihr natürlich dann auch zusehen, dass hier auch diese Dateien, die nicht im Git Repository drin sind, dann auch backupt, weil das wird dann nicht von GitHub hier gebackupt. Okay, und das war das Tutorial. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Grundlagen von Git näher bringen können. Für mich war das tatsächlich persönlich früher ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, als ich damit angefangen habe, das zu lernen, puh, also das hat wirklich richtig lange gedauert. Und ich konnte mich insbesondere mit diesen Kommandos nicht wirklich anfreunden, aber wie ihr gesehen habt, das kann man auch direkt in Visual Studio Code machen und einfach dieser grafischen Benutzeroberfläche folgen. Also, finde ich persönlich zumindest sehr, sehr einfach und intuitiv, das so zu machen. Und für die ganz grundlegenden Sachen, die wir hier gesehen haben, habt ihr ja gesehen, reicht es auch völlig aus. Was komplexe Operationen mit Git angeht, da muss man natürlich denn die Kommandozeile benutzen. Und was es angeht, ihr könnt übrigens auch noch gerne mir in den Kommentaren schreiben, welche anderen Git-Konzepte ihr gerne mal noch in Videoform erklärt bekommen möchtet. Dann kann ich gerne noch ein Folgevideo machen, weil in diesem Video ging es ja wirklich nur um die absoluten Grundlagen. Also Commits, Branches, die Kommando-Palette benutzen und halt diese schöne Erweiterung hier, Git-History benutzen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem Video habt, lasse ich mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann!